Und willkommen zu Lesbeer Undertale, Part 20, von N614. So, wir sind jetzt auf unserem Weg in den Chor. Oder auch nicht. Oh mein Gott. Wer war da? Wie? Wer sind die denn? Hier sollte doch keiner sonst sein. Naja, wir sollten uns darüber keinen Kopf machen. Okay, gehen wir aber weiter. Was kann schon passieren? Rein in den Chor. Oh. Bereit? Es ist soweit. Den Aufzug verspätzt, das ist Chor. Was ist hier so? Hey, warum versuchst du nicht erst den Aufzug zu nehmen? Es ist auch zu spät. Vorsicht! Magic kommt aus deinem Hut. Okay. Hi! Magic unterbricht dich, die die Beziehung selbst nachwacht. Sei geschwafelt, macht dich vernommen. Denn da... Was? Zinsala! Oh mein fucking Gott! Oh shit! Ich bin verwirrt. Oh, aber es ist schon gereicht, anscheinend. Okay. Gewonnen! Das war knapp. Warum sind die so viele Monster? Naja, das ist doch kein Problem. Oder? Du musst einfach weitermachen. Okay, Aufzug, Aufzug. Lass mir raten, er geht nicht. Was ist die so Abkott? Abgestoß! Scheiße! Was? Der Aufzug sollte funktionieren. Na gut. Geh einfach nach rechts und dann geradeaus. Okay. Geradeaus! Aha! Wo ist dieser Abgrund? Wie viel solltest du weitergehen können? Hm. Okay, versuchen wir es links. So, die Monster haben mich ja schon gekümmert. Okay, weiter geht. Geh bald hier lang! Schnell, als könntest du nicht weiter, bis du den Schalter aktivierst. Auch wenn du diese Laser einschalten. Äh. Es scheint, als käme es in diese Reihenfolge. Orange, orange, blau. Hast du es? Bewege dich, bis der Dritte kommt. Bicken! Na, ist doch egal. Warte, was? Ich hätte... Ah! Oh mein Gott, geht es dir gut? Tut mir leid. Ich habe dir die falsche Endfolge gesagt. Es ist alles in Ordnung, okay? Geh einfach weiter nach rechts. Der Grund sind verkalkt, das ist egal. Eine Kreuzung. Äh. Ähm. Äh. Versuch nach rechts zu gehen. Okay. Warte! Nein, die Sticken solltest nach oben. Okay. Toll! Nein, nein, nein blockiert den Weg. Äh, das Ding? Du singst Charines Lied. Nein, nein, das sieht müde aus. Adieu. Oh Gott. Oh nein, 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 nein. Ah! Ah! Oh Gott. Leid den Appetit ein. Vielleicht aber dann scheint noch nicht... Ähm. Du fragst, nein, 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 nach ihrem Tag. Keine Antwort. Tschüss. Oh mein... Ah! 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 Okay. Nein, 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 nein. Weiter singen? Ich suche weiter. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Verschonend. Yay, gewonnen. Tut mir leid. Ich... Ich dachte, dass... Ich versuche jetzt aber den rechten Weg. Okay. Gehen wir nach rechts. Oh mein Gott. Mehr Laser. Okay, ich... Ich will diesmal nicht versagen. Ich decine wieder mit dem Laser und es kann weitergehen. Sie... Sie gehen nicht aus. Ich kann sie nicht ausschalten. Ich... Es ist schon in Ordnung. Ich habe alles im Griff. Ich schalte den Strom für die ganzen Knoten ab. Dann kannst du weitergehen. Okay, los. Ich habe da so ein mieses Gefühl. Was ist jetzt los? Warte, halt! Oh, goddammit. Der Strom. Der Strom. Er schalte sich wieder selbst ein. Verdammt. Das sollte nicht passieren. Ich... Ich schalte ihn wieder ab. Wenn der Strom weg ist, bewege dich ein wenig und halte nach an. Okay? Du wirst super sehr bleiben. Ah! Ah! Oh mein Gott. Habt was. Bam! Siehst du? Ich habe alles in der Kontrolle. Alles in der Kontrolle. Das ist nicht sehr beruhigend. Yes! Speichern! Oh. Okay. Du solltest. Du solltest. Weiß nicht. Das ist eh mit meiner Karte kein bisschen. Tut mir leid. Ich... Ich muss gehen. Yay. Ozonluft erfüllt die Luft. Das erfülle ich mit Entschlossenheit. Yay, Ozon! Äh, okay. Osten das Ende. Hm. Norden. Fahrt des Kriegers. Besten Fahrt des Weisen. Geh, der Fahrt wird zum Ende. Weiß ist schon mal nicht. Das war es gar nicht zu mir. Geh, wir wollen mal Krieger, um mich zu feigen. Geh, wir wollen mal zum Ende. Ende ist gut. Okay. Ich bin nicht weise, ich bin kein Krieger, ich bin Feigling, also... Ende. Ich kann nicht kämpfen. Ich kann nicht denken. Aber mit Geduld werde ich es schaffen. Meine Entschuldigung. Und mit Wegrennen. Aber Geduld. Nach Osten. Das ist das Ende. Ja, schön. Kann ich nicht. Na gut. Gehen wir hier weiter? Ich muss auch nicht. Oh, wir wollen einmal. Wir wollen einmal liegen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, natürlich. Meins. Awesome. Ich habe fast genug für die Temmie-Armor. Glaube ich doch. Tausend wurde noch die College, oder? Ich glaube, das war es. Ich schwere den nördlichen Raum. Und das Ende wird sich öffnen. Okay. Was war das? Oh, Gott. Hi. Wie hat es noch ein feiner Vorgärterschein? Oh, Junge. Äh, okay. Verbluffen. Du hast ja was Mysteriöses gemacht. Feiner Vorgärterkennt, dass es mir über die Welt zu leeren hat. Nicht dieses Mal. Aufmerksam zu fragen. Oh, sch... Oh, sch... Oh, sch... Oh, sch... Oh, sch... Oh, sch... Goddammit. Wir haben sie natürlich seinen Kopf herablassend. Nett. Schein, schein. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein! Oh, sch... Oh, Gott. Oh, Mann. Nein, wir verkacken. Die Nachtschatten um Seiche. Oh. Oh, nein. Yay. Mein Name war steht. Was? Nein. Oh, Gott. Maus. Oh, shit. Nein, nein, nein. Oh, Gott. Okay. Ich konnte kurz nichts machen. Das war scheiße. Oh. Trösten? Ich versinke erst, Wurmsalot, dass er den Taten richtig sind. Mit Frieden steht. Dann töte mich bitte nicht. Oh, Gott. Ah. 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 Wurmsalot schüttelt seinen Kopf herablassend. Hat nicht gereicht. Na gut. Beten. Du fliehst nieder und betest für die Sicherheit. Wurmsalot rufst dich etwas ins Bewusstsein. Es geht nach Hoffnung. Oh, mein fucking Gott. Wir sind einfach schon hier drin. Okay. Oh, wir nicht mehr kämpfen. Das ist schön. So. Wurden! Ich hab was genug für die Temi-Armor. Und ich will die Klecks wecken. Oh, nö. So, wir treten aus dem Schatten hervor. Oh, nö. Oh, nö. Schlaf schön ein. Gute Nacht. Bitte und vielen Dank. Oh, mein. Ah. 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 Goddammit. Nightmare schmeißt die in den Morgenstern. Aha. Schlaf gut. Gute Nacht. Simsela. Oh, mein Gott. Ah. Nein, nein, nein. Ah. Oh, Gott. Ich bin so doof. Okay. Nightmare pennt. Was soll ich mit Magic machen? Keine Ahnung. Ich verschont die erstmal. Okay. Apricadaver. Apricadaver. Starren. Äh. Verfolger auf. So, dann bitte ich den Verfolger, obwohl du durch deinen Blick geschwächt. Simsela. Nein. Nein. Ah. Nein. Ah. Ah. Okay. Aha. Und Eckenhob. Keine Ahnung. Das ist eigentlich schwächende Eckenhob, obwohl du durch deinen Blick geschwächt. Bitte und vielen Dank. Oh, Gott. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ah. 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 Oh, Gott. Magic ist aus dem Larmgelegen. Okay, verschont. Bam. Gewonnen. Okay. Temmy Armor. Ich hab genug. Oh, mein Gott. Ich geh jetzt noch zu Temm Village. Aber das mach ich erst mal ne Pause. Okay, ich hab gerade rausgefunden, dass ich noch nicht genug Geld hab. Ich kann ja nur aus College bezahlen. Danach muss ich nochmal... Ich vergesse nicht viel es war, aber die Temmy Armor kostet total zu viel. So viel hab ich erst recht, hinterher mich hier aus College bezahlt hab. Also... Ah. Kein Temmy Armor. Was für ein Albtraum. Oh, mein Gott. Okay. Verblüffend. Mysteriös. Ah. Aha. Oh, mein Gott. Ah. Ah. Shoot. Nein. Oh, Mann. Okay. Ich hab ich schon mal. Nicht dieses Mal. Bla, bla, bla. Oh, Gott. Fick dich doch. Ah. Ah, okay. Okay. Ich lebe noch. Astica. 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 Oh, Gott. Wimselort. Beten. So. Gebt mich auf. Du hast genug gesehen. Ah. Ah. Ich werde schön hier drin bleiben. Nein. Oh, Gott. Was? Wieso kann ich mich noch nicht verschonen? Okay. Nicht schikanieren. Schikanieren nicht. Okay. Jemand versteht das endlich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ah. Ah. Lebe noch. Ah. Ah. Keine Rehe. Ah. Ah. Oh, Gott. Ah. Lebe noch. Und trösten. Okay. Keine Ahnung. Ja, alles wird gut. Das ist super. Ganz toll. Ah. 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 Shit. Schön. Okay. Bye. Ich will die Temmie haben. Oh, komm. Schon nur ein Knopf. Oh. Okay. Was hat es gebracht? Oh, wer ist jetzt dieses blaue Dings jetzt? Oh, mein Gott. Ich muss zurück. Äh. Okay. Oh, mein Gott. Waren das hier? Ich weiß es nicht mehr. Äh. Ich glaube schon. Oh. Hi. Nicht schikanieren. Hab ihn nicht schikaniert. Was? Ähm. Okay. Wenn du das willst. Ah, Gott. Äh. What? Okay. Ich hab dich jetzt schikaniert. So ist das richtig. Ähm. Ja. Ah. Oh, mein Gott. Okay, ich stell jetzt nicht mehr um das Kämpfe. Das ist schön. Bye. Gewonnen. Yay. Ich war siegreich. Speichern! Ich komm zur Kampf gegen Mettaton. Ha. Jetzt in dieser Tür befindet sich der Aufzug in das Schloss des Königs. Bist der Hilfe von der Schlossenheit. Yay. Was ist hier? Okay, ich geh wieder raus. Nee. Okay. Hi. Oh ja, da bist du ja, Schnucki. Es ist an der Zeit für unseren kleinen Showdown. Es ist endlich an der Zeit, den defekten Roboter abzuschalten. Nicht! Ein Defekt? Neuprogrammierung? Sehr realistisch. Was wolltest du nur ein großes Schauspiel? Eine Darbietung. Elvis hat dich die ganze Zeit zum Namen gehalten. Als sie dich am Bildschirm beobachtet, fühlte sie sich den Abenteuer hingezogen. Sie wollte unbedingt ein Teil davon sein. Aber sie hat sich einfach den Geschichten selbst hinzugefügt. Sie hat Rätsel reaktiviert, sie hat Aufzüge deaktiviert, mich verauftragt, dich zu quälen. Alles nur, um dich vor Gefahren zu bewahren, die nie existierten. Nur damit du denkst, sie ist eine tolle Persönlichkeit. Aber das ist sie nicht. Oh, das war gemein. Und in diesem Moment findet ihre Sternenstunde statt. Genau in diesem Moment wartet Elvis vor diesem Raum. Während unseres Kampfes wird sie eingreifen. Sie wird dir vorspielen, mich zu deaktivieren und dich ein letzte Mal zu retten. Schlussendlich wird sie die Heldin dieser Geschichte sein. Du respektierst die so sehr, dass sie dich sogar überzeugen wird, nicht zu gehen. Oder auch nicht. Weißt du, ich habe nur für diesen Vorhersehbaren Affentheater. Ich möchte keine Menschen verletzen. Ganz und gar nicht. Mein einziger Wunsch ist es, zu unterhalten. Irgendwann hat das Publikum eine gute Show verdient, nicht wahr? Und was wäre eine gute Show? Oh nein, eine Wendung. Hey, was geht hier vor sich? Die Tür hat sich selbst verriegelt. Tut mir leid, Leute. Die alte Sendung wird abgesetzt. Aber es geht im Finale, dass ich aus den Sacken hauen werde. Echtes Drama. Echte Action. Echtes Blut vergießen. Unsere neue Sendung. Angriff des Killer-Roboters. Anzünden. Das müsst ihr vermutlich machen, wenn die Dinge so weitergehen. Ja, ich war derjenige, der den Chor umgebaut hat. Ich war derjenige, der Leute angeweilt hat, dich zu tönen. Was? Das war ein kurzsichtiger Plan. Weißt du, was denn immer besser ist? Durch meine Hand zu sterben. Diese kleine Erdpistole funktioniert nicht, Schnucki. Ich kann es ja versuchen. Was du nicht verschauspielst, bedeutet? Metatron. Joa. Metatron. Ach, okay. Er ist unverwundbar. Wirklich. Fällt's so, Schnucki. Ich hab dich im Kampf gesehen. Du bist schwach. Wenn du weitergehst, ich will das mit deiner Seele nehmen. Und mit deiner Seele wird Esco die Menschheit vernichten. Okay. So weit ist so gut. Aber ich kann mit deiner Seele Esco aufhalten. Ich kann die Menschen für ihre Verpflichtung bewahren. Oh mein Gott. Was? Oh Gott. Da werde ich die Berge mit deiner Seele durchschreiten. Und der Star werden, der ich immer werden wollte. Hunderte. Tausende. Nein. Millionen von Menschen werden mir zusehen. Okay, hab's kapiert. Ach shit. Hab's nicht kapiert? Oh Gott, damn it. Ach, Mann. Paffee. Paffee. Knob. Blitzer. Blitzer. Glamour. Endlich hab ich alles davon. Was sind schon ein paar tote Leute? Susuma Showbusiness, Baby. Äh, äh, ich sehe nicht, was passiert, aber gib nicht auf, in Ordnung. Äh, äh, es gibt einen letzten Weg, mir dazu, mir dazu zu besiegen. Es ist, äh, es ist, es ist doch in Arbeit. Er ruht ja nicht zu hart. Aber du weißt, dass man ihn immer nach vorne sieht, oder? Es liegt daran, dass er hinten einen Schalter hat. Äh, also, wenn du ihn umdrehen kannst, äh, und, äh, den Schalter drückst, ist er, äh, ist er verwundbar. Naja, ich bin nochmal weg. Gute Zeit, nur zu seinem Bettelchen umzudrehen. Umdrehen. Du hast jetzt bei der Ton, dass für Themen ein Spiegel steht. Oh, ein Spiegel? Richtig, für das große Kerle muss ich gut aussehen. Hm, ich sehe ihn nicht. Wo ist der? Umgedreht. Hast du gerade meinen Schalter umgelegt? Vielleicht. Oh, yes. Buh. Oh, ja. Das Drücken meines Schalters kann nur eines bedeuten. Du warst sehnsüchtig auf die Premiere meines neuen Körpers. Wie gemein. Glücklicherweise wollte ich Ihnen schon vor langer Zeit zeigen. Also, Ostfunkparker geht jetzt eine attraktive Belohnung. Ich will deine letzten Momente... ...absolut wundervoll machen. Mettleton X erleben Sie eine Premiere. Bäm. Hier ist Musik, okay. Posieren. Du brauchst eine dramatische Pose. Das Publikum nicht. Lichter, Kamera, Action. Bip. Bip. Ah. Ah. So. So weit ist gut. Mettleton. Pose. Eine dramatische Pose. Publikum nicht. Drama, Romantik. Blut vergießen. Ah. Ah. Oh Gott. Ah. 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 Scheiße. Du drehst dich um. Und verspannst du... Was? Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ah. Ups. Ich bin das Idol für jeden. Ah. Oh Gott. Ah. Nein. Scheiße. Gerechtigkeit muss so eine Jacht gekriegt durch. War fehl. Guck wie viel lieb die Marke ist. Wird 14. Da vier gehalten. Morgen erst. Plus 300. Lächeln in die Kamera. Lächeln in die Kamera. Oh. Das ist nicht gut. Oh Gott. Oh mein Gott. Posiert einfach weiter. Dramatische Pose. Publikum nicht. Yay. Oh. Es ist Zeit für ein Popquiz. Ich hoffe du hast eine Tastatur. Das ist eine Aufsatzfrage. Was muss man meistens am Mettleton? Beine. Wunderbar. Manchmal sagen wir nicht Worte. Einfach mehr. Okay. Speichere. Das ist schön für dich. Pose. Bam. Glaubst du das an allen das Herz gezeigt? Warum zeige ich dir nicht meines? Ah. Nein. Gott. Dammit. Mach ruhig weiter so du. Oh Gott. Scheiße. Ich bin nicht gekommen. Okay. Also gut. Nein. Nein. Okay. Geht das hin? Hahaha. Bäm. Okay. Pose. Dramatische Verletzung machst du eine dramatische Pose. Das kommt nicht nur applaudiert. Oh. Ich lämle mich nur auf. Schleeeicht. Fickt euch alle. Ah. Okay. Hui. Pose. Bäm. Aber wie schläfst du dich auf der Tanzfläche? Ach. Nö. Warte. Was? Ist hier das Bewegung? Ach. Warte. Wie soll ich denn da... Oh Gott. Ach. Scheiße. Ich bin fast tot. Oh. Das ist nicht gut. Ah. Oh. Das ist nicht gut. Kannst du mithalten? Nein. Kann ich nicht. Ach so. Ich hab's kapiert. Ah. So kann man die umschalten. Ach so. Ah. Okay. Hahaha. Oh. Das fällt mir jetzt auf. Haha. Dramatische Pose. Yay. Lichter. Kamera. Bomben. Warte. Was? Okay. Gehen wir die los? Vielleicht weiß ich. Pose. Dinge werden hochgehen. Oh. Noch nicht. Pose. Dramat plus 100. Bam. Zerf unsere Sendepause. Oh. Das ist schön. Okay. Oh mein Gott. Schöne mal, Alter. Dramatische Pose. Äh. Wir sind so weit entfernt, Schnucki. Wie wäre es mit Kerze? Yes. Ausgleichen. Nein. Shit. Schlecht. Oh Gott. Nein. 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 Okay. Okay. Ah. Haha. Amen. Arme sind ab. Weiter geht's. Dramatische Pose. Äh. Arme? Wer braucht Schlaf mit solchen Beinen? Ich will dennoch gewinnen. Oh, god... Oh, shit. Shit, 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 shit... Oh, god! Das war 9. Egal. Pose! Ja, ich mach eine dramatische Pose. Komm schon! Nein. Oh, god. Oh, god. Oh, god. Oh, god. Scheiße! Ah, man. Ja. Ja, er schickt's dann am Arsch. Ah, ja, schön. Ich glaub, ich soll's mir ein paar Fähes kaufen. Jetzt werd ich schon im nächsten Part. Also, das will ich Play Undertale Part 20, glaub ich. Ich wollte gar nicht vom nächsten Part. Also, das ist ein gutes Angucken.